Ich komme gerade von einer Sondersitzung der Landtagsausschüsse für Inneres, Klima, Energie und Mobilität und Haushalt und Finanzen, in der die Landesregierung uns Abgeordneten Bericht über die Lage zur Flutkatastrophe gegeben hat und unsere Fragen beantwortet hat. Klar ist, wir stehen vor einer nationalen Katastrophe mit Hunderten Verletzten, Vermissten und Toten und Tausenden zerstörten Existenzen. In dieser Lage müssen wir zunächst wirksame Vorthilfe leisten, Verletzte versorgen, Vermisste finden, das Lebensnotwendige bereitstellen und die notwendigste Infrastruktur wiederherstellen. Die betroffenen Bürger und Kommunen müssen finanziell wirksam, schnell und unkompliziert unterstützt und die zerstörte Infrastruktur wiederhergestellt werden. Die Vorthilfe muss bei Bedarf aufgestockt und um weitere Unterstützungsmaßnahmen erweitert werden. Wir halten hier die Einrichtungsfluthilfefonds für erforderlich, wie es das bei vergangenen Hochwasserkatastrophen auch der Fall war. Dafür werden wir uns als AfD-Fraktion einsetzen und alle dahingehenden Maßnahmen unterstützen. Zum besseren Schutz unserer Bevölkerung vor zukünftigen Extremwetterlagen müssen wir außerdem die Alarmkette und die Abläufe in der Katastrophennacht eingehend analysieren, ob es Fehler oder Versäumnisse gab und was wir besser machen müssen. Zu vielen unserer diesbezüglichen Fragen konnte die Landesregierung in der Ausschusssitzung offensichtlich noch keine erschöpfende Antwort geben. Angesichts der Lage vor Ort haben wir ein gewisses Verständnis dafür, dass Hilfe und Wiederaufbau aktuell Priorität haben. Wir halten das Thema aber nach wie vor für sehr wichtig und werden weiter Aufklärung über Sachverhalte und Verantwortlichkeiten einfordern, ob und auf welche Weise und auf welchen Kanälen die Bevölkerung flächendeckend gewarnt wurde. Klar ist jetzt schon, dass die Katastrophenschutzsysteme und insbesondere die direkte Warnung der Bevölkerung dringend verbessert werden müssen. Dafür müssen alle Kanäle von SMS über Sirenen bis zu Sonderschaltungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen genutzt werden, zu denen die Landesregierung ihr Drittsenderecht nutzen muss.